guten morgen habe ich auch kein eisen oder sowas dass ich mir was craften könnte na shit happens ab und zu ne auch kein leder ich will mir irgendwas craften aber ich sag mal so ein paar sagen werde ich dann eh irgendwann da lassen ja könnte ich gleich mal machen so ein bisschen aussortieren oder so glaube ich spiele suppen oder so bis harpe wieder da ist hier unten ist ein dann also hier wo ich gerade stehe ist ein mega riesen dungeon auf aber der ist nicht da wo ich kann hier nicht weiterlaufen hier sind hier kommen die chunks nicht mehr geladen hier kommen die chunks nicht mehr geladen kommen wir nicht rüber was passiert wenn ich da runter hüpfe dann bugge ich kaputt moment das brauche ich auch alles nicht das kann auch jetzt hier bleiben weakness 3, slowness 3, mining future 3, nassau 3 so alles schlecht oder? ne? jep alles was rot ist ist schlecht weil schlägt dich da so etwas mit nicht pfeifen ich weiß nicht das darfst du weißt doch keine kinder und dinge die sie nicht tun würde ich habe suppen dabei möchte wer ich sortiere Sachen aus die ich nicht brauche da hinten leuchtet es da muss ich hin splash potion of regeneration sehr nice ey man muss die suppe in die kiste rein stopfen da war ich einfach was am rein stopfen mensch da ich weiß von nichts also ein nachteil hat das ja wenn man so weit weg ist vom wohnort und vom todesort man rennt irgendwie drei wochen rum dass man mal wieder ankommen ja das stimmt wo ging es jetzt hier ich glaube da drüben auch nicht brauche ich ja auch nicht weil er pleite 100 prozent attack damage strange und nicht kommen jetzt dann übrigens wenn habe wieder da ist in der last ebene so lange müsst ihr jetzt aber bitte noch warten ich bin schon mal am turm angekommen und gehe da jetzt runter um wieder zu sterben wahrscheinlich ich sortiere noch scheiße aus wieviel bürgen ich dabei habe hier so das freu ich alles nicht dann ziehen wir uns jetzt gleich dann hier rein das freu ich auch nicht so wo war denn jetzt wo ist der runter zur letzten ebene blaze kommen wir in richtung meines namens ich höre schon ganz viel blazes ich sehe deinen namen nicht und die könnten uns auch rein ziehen das ist meist ich sehe deinen namen nicht ich dafür deinen komm doch zu mir und habe seien jedoch sehe ich auch schon wo sie so noch meinen sie wissen gar nicht genug ist worden bodespunkt wieder finden er sieht meinen namen nicht und steht direkt neben mir wurde wo das netter zeug ist ich sehe den namen nicht da ist ein namen der zum hallo hallo jetzt muss das gleich irgendwas poppt hier gleich auf irgendwas poppt hier gleich auf blub und ich höre schon wieder zombies wo bist du hier gerade irgendwo sicher ja auch hier bei uns wo ist denn hier bei uns hinter dir warte da ist noch ne kiste da ist noch ne kiste so äh Hilfe Schisser hat jemand Holz dabei ich will was Holz ich will mit dem Helm craften ein Holzfilm ne mit Holz will ich ein crafting table machen du so ähm ich muss jetzt erstmal kurz was umsortieren weil ich hab hier sonst keinen Plan mach mal hast du Holz dabei? was? Holz warum denn Holz? ich will mir was craften er wills essen weil er ist ein kleiner Holzwurm ach was erinnert mich wieder so an einen Film aus meiner Kindheit ähm wie hieß der ich glaub der Holzwurm in der Aache Billy der Holzwurm hat keiner von euch Holz dabei nope nein hab ich vorhin irgendwo in die Kiste geschmissen so ich bin ready hab Angst dann auf gehts runter los so wir hatten doch hier irgendwo blazes oder? hier seh ich Feuer denn kann man jetzt mal nichts machen ein bisschen? so das sind meine Haken hier rattern so jetzt kanns losgehen jetzt hab ich jetzt 360 plus Stärke und da ist schon wieder so ein so ein so ein so ein so ein oh Gott Scheiße was ist hier los? das ist der letzte Raum wo ich jetzt grad reinflügel rein ich hab Fire Resistance stört mich nicht die Bohne und deswegen hab ich das letzte mal alleine gemacht und du hast nichts bescheiden gehört und du hast nichts bescheiden gehört du musst immer noch aufpassen das war das Ding das war das Ding wo ich zu oft bescheiden bin das war das Ding wo ich zu oft bescheiden bin du hast du und du hast nichts bescheiden gehört und ähm ne hat er nicht bescheid ihr müsst quasi gucken die Spawner hier in dem Raum sind oben an der Decke relativ leicht ersichtlich ich sehe von hier aus einen Spawner vielleicht kann ich den von hier aus schon abbauen oh das ist doch schön unsichtbar zu sein wieso bist du unsichtbar? äh Schwert ist kaputt wo ist mein Schwert? kein Schaden mehr mein Schwert ist weg jeder von den Mobs hat mein Schwert geklaut das hab ich hellmöglich ist auch gut also wenn ihr gleich gerne mal mein Schwert findet ne? ich nehme so lange mal hier so ein goldenes Schwert was ich noch habe aber ja toll wir sind auch weg irgendwo hab klaut das Schwerter hier ist eine Spinne drin hier ist eine Spinne drin wo denn? da ich kann nix machen ich hab kein Schwert mehr wo ist die denn hin die Spinne? da ähm da wird so ne hier hat mein Schwert geklaut die Frage ist uns für mich jetzt ähm irgendwann mal reingehen weil wie gesagt es wird es wird nicht weniger ja aber das ist hier so ne mega Spinne die ganze Zeit jetzt renne ich auch noch ich auch mein Schwert ist weg ja mein Schwert ist schon lange weg ich muss mal kurz nach oben gehen das ist ja hier nicht mehr zum aushalten ich bin gleich tot ich bin Party halt ne? Party? ich bin gleich tot ich bin tot ich bin tot ich sehe nichts mehr ich bin tot ich bin tot oh nooos mein Schwert ist schon wieder weg ja wenn ich wenigstens mal eins wiedergefunden hätte in der Zeit und ist schon wieder dunkel daraus natürlich hier ist gleich sein Kopf liegt hier rum und die Spinne ist wieder da und hier ist ne andere Spinne Puh Freund das ist ja heftig hier nur ein bisschen ein bisschen ist gut da sind ein bisschen viele Mobs ja nur ein bisschen bei mehreren Mobs spricht man dann auch von Möpsen hat man hier schon mal den Bubi witz? blaze alter du siehst aus ey so jetzt sind wir das jetzt sind schon wieder Zombies auf Ecstasy und ich muss mit dem Bubi rein wow 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 das ist ein Respiration weiß das wer? du fregst Sachen bitte? du fregst Sachen ja ich frag Sachen ich weiß das solltest du dir abgewöhnen das ist wieder so ne Megaspinne jup ja mein Schwert ist gebroken dann haue ich es eben mit der Spitzhacke ja sie ist schon weg aber da haut der Harpe mich ja entschuldigung mit seinem Feuerschwert hoffentlich sollte man echt mal ein bisschen was draufhauen dass äh dass hier sag's mir kurz ach du Scheiße ähm dass hier mein Schwert ein bisschen länger hält irgendwas wirft jetzt hier mit mit Zeug um sich ja mit Gift Potions ich bin mal kurz eine Etage höher das ist mir grad ein bisschen zu nervig da unten einfach sterben ne nick sterben docks sterben und wieder hoch leachen schnelle hauen schnelle hauen wann hört denn dieses scheiß Poison auf? wenn der tot ist ne 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 doch 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 woher jetzt mal sterben ich bin genau über einen Todespunkt aber er sagt mir ich bin auch 75 Meter entfernt einfach von der Höhenunterschied no mein Schwert ist schon wieder gebrochen und da schon mal Stein und kein Obsidium mehr dabei oder was? doch 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 aber hier unten kannst ja welches abbauen wenn du eine Langeweile hast eine Langeweile definitiv nein Nein. Ich brenne. Lasst mich hier. Lifestyle, ne? Lifestyle. Mehr, 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 mehr. Oh, zwei Herzen, zwei Herzen. Nein. Nein. Toll, jetzt ist doch nicht mehr wen was, welches Krabbschein gehört oder was? Doch, mir gehört, glaube ich, der Rote. Soll ich unten erstmal wieder zumachen? Wäre eine Maßnahme. Ich versuche mein Bestes. Ne, das Problem ist, ich habe keine Rüstung mehr, denke ich, und deshalb habe ich so viel Schaden gekriegt. Ja, das ist halt das Problem, ne? Solange wir die Spawner nicht abbauen, haben wir hier Horden. Kann man da runter irgendwo oder ist es zufällig gerade? Hier, das Schwert ist mein Todespunkt. Geh mal weg, damit ich mein Schwert abbauen kann. Ja, warte, warte, dann warte, warte. Alter, du bist auch so ein Frech, ne? So von wegen, geh mal weg und der baut schon die ganze Zeit ab. So, mein Schwert ist wieder da. Wie auch immer mein Schwert da reingekommen ist, aber ist ja egal. Weil eigentlich hatte ich das Schwert gar nicht mehr. Aber wenn die sind alle in der Decke sind, ne? Gut, das kann natürlich sein. Die sind alle in der Decke, ja. Nicht ehrlich, ich habe gerade euch gesehen, die nicht in der Decke sind. Ja, aber die meisten sind in der Decke und das sind auch die nervigsten, ne? Ja, gut, das kann natürlich sein. Ja, wir will hier wahrscheinlich jetzt von oben abbauen, ob ich ihn kenne. Richtig. Ich kenne auch unseren Hafer. Worausgesetzt, die sind wirklich hier oben irgendwo unversteckt. Die sind oben, liebe ich die meisten. Ich habe erst vor kurzem so einen Power gemacht, sondern ob es nicht ganz praktisch, wo die scheiß Sparner sind. Dann waren sie oben in der Decke. Also, die sind quasi nicht in der Decke, sondern die hängen eigentlich an der Decke wie eine Lampe. Also, wenn ich so bleibe, die hier in der Runde so... Also, das ist auch der letzte Raum, oder der letzte große Raum eigentlich, so der Endraum könnte man auch bezeichnen. Man, das ist der große Endraum. Da kommt man noch mit normalen Mitteln gar nicht mehr rein. Jetzt drücke ich hier alle gerade rum. Die scheiß Redstone-Schaltung ist ja furchtbar. Dann geht's hier runter. Der Fraggle versucht, hier durchzuschießen. So, dann geht's hier runter. Und dann müssen wir jetzt bei meinem Grabstein sein. So, einmal Schwert, einmal Schlittkacke. So. Wir waren natürlich kaputt, das war klar. Ja, also ich hab drei vorne, hab ich den überhaupt nicht kaputt gemacht. Das müssten sechs oder sieben oder so sein. Ja, mal gucken, wo ich gerade um... Nein, der schiebt sich hier immer die blöde Sau. Ich hab keinen Bogen dabei. Boah, da sind ja echt so Horden da drin, ne? Wir sind ein paar. Aber leider ist jetzt die vierte Folge vorbei, ne? Wir müssen jetzt eigentlich nicht aufhören. Doch, jetzt gleich. Ja, aber ein paar Sekunden noch. 35 Sekunden haben wir noch! Go, go, go! Das schaffen wir nicht mehr. Wollen wir uns dann in der Etage umüber auslocken und dann geht's mal hier reinermachen? Ja, würde ich sagen. Könnten wir machen. Gut, dann geh ich immer gerade weg. Ich brenne! Nicht mehr. Ich geh auch ein, ein nach oben. Kann ich mich jetzt noch halten nach oben gegangen? Was habt ihr hier gemacht? Das denke ich für mich auch immer, weil wenn ich dein Gesicht sehe... So! Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet euch auch morgen wieder ein, wenn es heißt... Jockbox Night Shift mit den verbundenen System Neo. Ich war das nicht, du Hamster. Bin gleich tot. Du hast die Rüstung komplett kaputt gemacht. So! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Warte, ich ruhe noch genau.